Wählen Sie online Ihren passenden Berater aus und klicken Sie in der Übersichtsliste oder im ausführlichen Profil des Beraters auf Jetzt anrufen. Nach dem Klick auf Jetzt anrufen, ruft Sie AstroTV zurück und verbindet Sie mit Ihrem Lieblingsberater. Sie werden dann sofort von uns unter der von Ihnen angegebenen Telefonnummer zurückgerufen. Jetzt müssen Sie nur noch per Tastendruck auf Ihrem Telefon die Verbindung mit Ihrem Wunschberater bestätigen und Sie können gleich Ihr persönliches Beratungsgespräch führen. Wenn ein Berater gerade via Telefon nicht verfügbar ist, so können Sie über Offline-Rückruf bequem einen Rückruf anfordern. Sie werden zurückgerufen, sobald der Berater wieder verfügbar ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017